Hallo und herzlich Willkommen, wir sprechen gleich mal mit Olli. Speicher. Ein was? Boogie back. Forstwaffen-Munition zweimal. Verlasse die Höhle. Ich spreche nochmal kurz mit den anderen, ob das geht. Daisy? Wow, das sieht toll aus. Er braucht noch ein bisschen Liebe, aber ist fast fertig. Danke, dass du das übernimmst. Hey, das machst du auch da draußen. Hey, darf ich dich mal was fragen? Sag mal, du hast doch dieses Jahr diese Schwimmmeisterschaft gewonnen, oder? Ja, 400 Meter. Wie hast du das angefühlt, zu gewinnen? Nicht auf dem Treppchen, sondern im Wascher beim Anschlag. Als ob ich voll da wäre. Als wäre ich die ganze Welt. Weißt du, ich hätte nie gedacht, dass ich töten kann. Das erste Mal war schrecklich. Was ja gut ist, richtig? Aber, aber jetzt ist es als ob ich gewinne. Bei Sims wäre jetzt, äh, äh, die Person mit zwei Minussen überm Kopf überschienen. Ich glaube, das war nicht so geil, das Gespräch. Können wir mit dir noch sprechen? Nein. Arig. Scheint Nacht draußen zu sein. Ja, ist Nacht. So, dann schnappen wir uns mal oben den Gleiter. Willis, bist du's? Jason. Ich hab seinen Freund gefunden, Keith Ramsey. Ein Hitman, der für heute arbeitet, kaufte ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Barakten. Wie ist sein Name? Barak. Also, sein Name ist Barak, und er ist hier für den Barak. Wie heißt der? Barak. Ah, okay. Äh, kommen wir da irgendwie in die Nähe? Wo ist denn das? Oh, da haben wir noch viel zu tun. Da hinten! Wir waren doch eine Stellreise. Warum so lange warten? Hm. Hm. Ich fand die Zwischensequenz in der letzten Folge extremst geil, muss ich mal so sagen. Na komm, schwimmen. Na, geh rein. Danke. Wer ist das? Kennt man sich? Ich hab nicht Geburtstag, dann ist wohl Weihnachten. Ich suche meinen Freund, Keith. Hey, sorry, da klingelt nichts. Du hast ihn von heute gekauft. Ah, den. Er sagt, er heißt... Spast. Also gut, dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hör zu. Ich will nur Key. Jason, Jason, Jason. Wir sind doch nicht alles wilde hier. Doch. Wir sind Geschäftsleute, Kapitalisten. Ich habe etwas, das du willst, oder? Mein Produkt. Und du hast auch etwas. Und was soll das sein? Oh, nur. Oh, ganz ruhig, Jace. Vorsichtig. Legst du mich um, kriegst du ihn nie. Findet ihn für mich. Nee. Und du und ich sind glücklich. Und Keith gehört ganz dir. Bring mir was verloren. Den... Und ich hab' ich schon mal gesehen. Deutsch? Ein Deutsch? Das ist kein scheiß Deutsch. Das ist Kunst. Da steckt mehr Geschichte drin, als in euren Arschbacken. Das ist mein Preis. Klar? Wo ist er? Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Aber war's? Schnappte sich das Boot? Während der nach einem chinesischen Schatz wühlte. Und was bekam er noch? Den Deutsch? Nein, nicht im verfickten Deutsch. Seine Position. Du willst Gieß zurück? Geh zu dem verdammten Boot und finde heraus, wo das Artefakt verbuddelt ist. So, und jetzt ab. Verpiss dich. Drecksack. Da freu ich mich schon, wenn wir dem eine Kugel durch den Kopf jagen. Wenn wir's machen. Ich hoffe es. Der geht mir nämlich voll auf den Sack. Scheiße, ey. Wieso... Da wollen... Nee, den... Nein, den Deutsch können wir dem doch nicht geben, Alter. Oh, geil. Das können wir doch nicht machen. Das können wir nicht machen. Der gehört doch Zitra. Zitra. Zitra? Zitra? Irgendwie sowas. Packt die Waffe aus. So, ich mach jetzt stur und warte, bis hier ein Auto vorbeikommt. Wie weit müssen wir eigentlich gehen? Da raus. Gott. Und, was macht ihr heute noch? Ja, ja. Ich bin da im Überlegen, ob ich für die nächste Folge Facecam mal reinhau. Wo schießen sie? Ist hier drüben nicht das Dorf? Nee. Da unten. Die schießen da unten, aber wieso? Wird bestimmt irgendein Tier oder so drin sein. Ich geh nur mal hier Munition holen. So. Aber verkaufen können wir. Dann haben wir auch wieder ein leeres Inventar. 75 Dollar. Ah ja, gut. Liegt hier noch irgendwas? Nein. Draußen fliegt ein großes Flugzeug gerade über mein Haus. Da dann. Keine Karre hier. Toll. Aufkommen, Jason. Lauf. Du hast mehr Durchhaltevermögen als ich. Müssen wir jetzt da raus schwimmen? So, Baum. Vorsicht. 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 Verarschen. Das waren sie. Fünf Meter maximal. Und tot? Ich meine, hätte ich mich extremst verletzt, wäre das noch okay gewesen. Ich bin aber tot. Ja, und jetzt steht da ein Auto. Leck doch auf mich fett. So. Ich denke mal, mit dem Quad sollten wir da auch nicht unbedingt so runterfahren. Oh. Komm ich da noch hoch? Oh, oh. Nein. Oh, läuft noch. So, da. Ich sehe nichts. Ah, ne. Da ist ein Boot. Ich habe schon gedacht, wir müssen bis nach da raus schwimmen. Äh, wo ist der Jet Ski? Da. Ah, Nase juckt. Ah, so. Und nichts Vieh hin. Ich habe ein paar Kugeln da rein. Ich habe ein paar Kugeln da rein. Wie hat der mich denn jetzt gefunden? Er kann sich nur bis zu vertreten. Er ist nicht weg. Ja, ich will deinen Lohn sehen. Oh, oh. Ja, du wirst treibend. Oh, Mann. Ja. 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 Ich weiß gar nicht, stand das als, äh, äh, Tipp da? Ich weiß es nicht. Kannst du noch, Jason? Kannst du noch? Ach, ich schmitte wie ein Schwein hier. Shit. Ich guck mal, ob ich vielleicht vorne rum kann. Wieder hoch. Ohne scheint nicht so viel los zu sehen, aber da komm ich auch nicht hoch. Sieht sauber aus. Höh! Scheiße. Das war ein Hai. Okay. Oh Mann. Höh! 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 So. Der lebt doch! Höh! Höh! So. Scharfschütze ist weg. Leiche looten. Ich nehm mal lieber die AK jetzt in die Hand. Wann halten die viel aus? Ich weiß nicht. Ich glaube ich muss die Nachricht flüchten, daher loote ich die lieber jetzt schon. Ups. Oh. Gleiche looten. Nächster. Ja. Höh! Du schaffst das! Höh! Höh! Biggie Smalls! Höh! 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 Das wäre so bitter geworden einfach jetzt, äh, einfach jetzt hier durchzulaufen. So, mach auf den Shit. Ihm! Oh! Mehr mal schon mal kommen. Ja, seid ein! Scheiße, wie viele Piraten sind auf dem Schiff. Flugblei, Huhnsohn! Hey, den holen wir uns! Wo ist er? Wo bist du hin? Er ist verschwunden. Ich fass das nicht! Schlitzpisser! Wo bist du hin? Ich bin eine Etage höher, ihr Vollidioten. Gar nicht mit dem Spandeln nochmal. Genau. Du machst das schon. Ich will dein Blut sehen! Den werde ich mir holen! Was? Was? Oh. Das ist eigentlich total intelligent hier mit einem Sniper rumzuhören. So. Moment. Ich will mal nachladen. Vor allem immer Kopfschüsse. Was ist das hier? Was ist das hier? Scheiße, scheiße, scheiße. Was ist das hier? Kommt der dann nicht aus dem Raum raus? Ich habe jetzt Angst, da lang zu gehen. Und der Sack soll sich umdrehen. Okay. So kommst du mir nicht davon. Mann, Biggie Smalls, ey. Der geht mir echt... Ah, wie so Muffensausen. Gegen den hast du fast keine Chance. Oh, der liegt ja angenehm da. Bestimmt finde ich das Versteck des Dolches auf dem Computer. Wo sind das da links? Das muss wichtig sein. Vielleicht fühlt er mich zu dem Dolch. Hm. Schneller, du scheiß Ding. Ist das ein Witz? Fuck. Two points. Uh-oh. Hm. Wo lang? Boah, wie irreführend. Schnell. 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 Das wird nicht lange halten. Nee. Da kommt uns jetzt das was entgegengespritzt. Ich wette es. Ich wette es. Ja. Komm, Jason. Huh. Left shift, left shift. Drehzeug. Oh, was ist das? Das ist das. Ah, Atemmaske. Huh. Äh. Fuck. Atemmaske. Boah. Muss ich grad so konzentrieren. Na also. Grad noch geschafft. So. Wiegt ne zweite Titanic am Boden. Ach, zwei Haie, toll. Oh. Chase. Raus aus den Federn. Na komm. Ja, der Wald ist schön dunkel und tief. Aber steh endlich auf. Na los. Na bitte. Hast du meinen Schatz schon? Er war nicht auf dem Boot. Oh. Chase. Keith wird das aber gar nicht freuen. Es ging ihm nicht gut, als ich ihn zuletzt sah. Warum sagst du mir das? Ich weiß nicht. Konversation, mein lieber Unterhaltung. Toll. War da nicht auch ein Kompass? Exzellent, sehr gut. Die Daten sagen, folge dem Kompass. Danke für die Hilfe. Jederzeit. Nun, den Rest kriegst du sicher allein hin. Keith braucht mich. Okay? Adios. Drecksack. Fuck, sieht das geil aus. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich mach wieder einen Folgencut. Und dann mal schauen, was in der nächsten Folge so abgeht. Oh, wir haben noch einen Fähigkeitsrund.